ja und er ist ein scherz da mal ein wo es alles auch nicht die hier wir kommen zurück zu holen etwa vor kurz 1 und da muss ich gut holen aber ein hundertprozentig mal wieder mit alexander und matthias hallo 2 moin moin guten tag ein bisschen taxi sein ein bisschen taxi sein müsste schön cooler wäre wenn uns irgendwie so mit dem ballerwagen und so hinterher hinter dir herziehen würdest ja hole ich mir zur nächsten session dann das wäre cool gibt es eigentlich irgendwas irgendein mechanisches Reit hier wo man zu zweit oder zu dritt sitzen kann ich habe nicht was damit würde so ein Shopper oder so eine Rakete und ein Shopper ja aber da kann man ja zu zweit drauf sitzen oder ob die Mammut sind die einzigen dürfen können bisschen doof eigentlich so muss ich sagen wer hat das kann ich bestätigen ihr müsst ja gar nicht machen ja aber das weiß ich nicht so Mammut das hat ein wenig Style so weißt du naja ne den anguckst geil ja finde ich persönlich lame also ist praktisch ja aber lame und je aber eine Idee wie gibt es einen Glutfogen zu reden alex hast du schon Metal Gear Solid gespielt nein das neue ich hole mir das noch nicht ne ne ich bin da ich weiß nicht war am drüber nachdenken aber warum ich weiß natürlich ob das gut ist ey ich dachte nur so ich bin ich bin möchtest die Sonne alle möchtest du und davon die Mauer oder was ich weiß nicht war sie willst nur unter das weil ich es will Bluthof Bulle was für die Nennheer wer noch immer kommt habe ich auch auch im Zandardschungel ne da ist doch ja genau da ist ja warte äh die das war auch so ein so ein so ein so ein so ein so ein äh wer mob der tropft doch auch ein äh 3T oder ich glaube es so ein grüner keine Ahnung Falke oder sowas ach so dass sind wie die die Jungs trocken können ja genau drei Maus von vier verschiedenen Ramos glaube ich also ja das ist dann auch mal uns oh ah ist auf eine Höhe ja so ein Scheiß ahaha guck ihn dir an kann ich nicht ich muss gerade das Handy gucken Peter hat geschrieben was denn oh ey ah Alex hast du einen zu großen oder was ja so ist er ja war nur einfach so eine Erfahrung wo sprichst du von Erfahrung großen Kopf zu haben ich dachte den großen Indie zu haben egal wer ist mir das ich hab mir den Amazon TV Firestick bestellt ich bin ja Amazon Prime Kunde ja oder Mitglied wie auch immer man das nennt ich muss sagen ist echt praktisch so Walking Dead oder sowas auf dem großen Fernseher zu schauen mal abgesehen davon dass ich dann im Bett liegen kann okay Walking Dead ist die beste Serie findest du ja ich weiß ich hab jetzt die erste Staffel durch ich hab gestern die zweite Staffel angefangen Walking Dead normal ja nicht The Walking Dead oder Nein nein das die das erste so ganz ganz normal so ja The Walking Dead nicht 4 The Walking Dead das sei das neue genau dafür hätte ich Geld zahlen müssen mir das auszuleihen das zu sehen aber ich hab ich keine Lust gehabt die braucht man ja auch nicht ich will auch Breaking Bad gucken aber da war ich ein bisschen zu faul für ja weiß ich nicht da geht es halt nur um Drogen weil es klingt halt irgendwie als wäre das einfach was für Peter Peter sieht halt aus wie so wie so ein zerschossener Junkie das war weiß ich nicht wegen seinen Haaren jetzt ich muss sie noch ein Selfie schicken ja du wirst das nicht gemacht man Herr Alex muss hin weiter geholt ja Mensch weiter zu den Wettbewerben ja ja aber müssen wir dann nicht links hoch Dings und so vorbei weiß den Weg ja Fahr du mal wenn ich jetzt echt machen fahren statt reiten stimmt hol den Chopper raus ja sag ich auch immer so nachher egal zu wem sagt dass du Peter du dreckig jetzt auf h ja auf jeden Fall vor allem ich weiß er wusste es aber auch schon vorher machte du musst ihn auch schon mal ausfohlen wahrscheinlich von Peter oder von Tobi also ich weiß alle drei zusammen alle drei zusammen wenn wir 100 sind geht es straight in die Arena YOLO äh nö wie nö nö ja 100 Prozent oder mit gelben Gier an also mit grünem Gier ja mit gelben Gier auf jeden Fall ja halt Diablos ha 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 oder mit Accountgear und sowas an und napsen die Kratzen alle aber dann mach ich kein Heiler warum nicht keine Ahnung ich finde du du heiler und die Kacke die du du schon sehr stark ja das finde ich nicht bestreit aber ich finde es halt sehr schlecht oder sehr scheiße zu spielen weil ich momentan wirklich nur mit Hotspiel ja reichte auch ja das ist halt so überhaupt nicht richtig ja klar dass sie auch halt wie dumm du bist eigentlich teilweise ne ja die haben nur nicht angegriffen ja ich habe ich auch nur 34 und 35 Otto weiß nicht somit nur mit Hotspielen oder überwiegend Hotspielen kann ich halt gar nicht bereit Paladin gewohnt Paladin macht halt nur äh Flashlight Flashlight Pro alles richtig gemacht betrotzten Oberhalter erster im Hilfen daher halt und verglichen ich halte mich letzt wir in einer Gruppe dies jetzt richtig Spiel und die Gäste hat er nicht gesagt dann wird so recht wollen naja und nachher rätst du dich wieder äh ja könnte auch passieren Prozent coupé blau 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 weg da bin so schnell n alt dein Maul schildkröte wie ein Wolfgang was werde ich nicht gewartet wäre schon viermal daran freunde nichts von laden sein von ladezeit von lahm sein so alles gesagt aber von hier bis nach wisst ihr wo heider ist im bundsbüttel ja von mir zu hause bis nach da sind zwölf kilometer dass ich heute 24 kilometer gefahren bin mit fahrrad spontane cardio was hätte ich auch so gemacht glaube ich gejoggt ne joggen dauert es lange nur um die alte da zu sehen Tobi nur um die alte zu sehen und mein handy abzuholen aber ja da gibt es eine alte? nein oh geil ich werde da mal hingucken ja mach mal ruhig warte tut mir leid die hat nichts vor Ort verübrigt ne ich hab gerade gesagt Jana oder was? ne eben nicht ach so Jana hat ja was vor Ort nicht deswegen hängt sie auch überwiegt mit euch rum aaaaaaah ich mache mir wieder Freude heute oi 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 aber schon cool ja du machst du folgst mir echt auf dem falschen Weg ja jo ernsthaft jetzt jo wie dumm ihr seid ne soll ich umreden? ne ist zu spät ist egal jetzt den richtigen Weg aber nicht echt nicht? guck mal auf die Karte weiß ich wie lange das her ist? ne keine Ahnung 2007 ne never ja ja leider ja du trottel was trottel genießt ja man ja ok im Lolle Bereich ist das level noch voll angenehm was? ja also ich finde schon weil das recht schnell geht fast so schnell als ich wenn man das ordentlich anstellt und irgendwann kann man Todesmied auch nicht mehr sehen ich jedenfalls nicht ich hab da wo man die Schnauze voll über ein jahr also über ein einziges jahr habe ich ey warte mal ist Uta eigentlich noch da gibt's ihn da noch als Geist? wen interessiert das? es ist ein Paladin ja er ist ein Paladin Paladin Krieger des heiligen Lichts apropos es kommt bald Ellimanja 20 freu ich mich schon drauf ey ok ok kch erstmals damit erstmal zum drinnen Lehrer was bist du jetzt 35 oder was? nein warum nicht fehlt noch warte 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 118 ep plong warte doch nicht so ein Ärger aber auch so hey der ist ja braun hey ist ein Flugpunkt gut 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 dass Peter nicht hier ist wir haben werdet euch irgendwo Andorhal was mal dahin wo bist du denn wo? erstmal Ruhstein binden ich war von Ruhstein im Sturm und Ruhstein echt warst du nicht in Goldhain ja 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 ne 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 Hieler ne 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 Er hat, hier war ja noch einer, ich weiß nicht, das war der, der das, der dem, der, dem TS, das TS, der, der TS-Server gehört. Und dann schickte Matzi ihnen dann noch den Part 22, wo er halt in Gnome-Regat erst runtergesprungen ist. Oder runtergelaufen dann eben, ja, aber mutwillig. Und jetzt nach, keine Ahnung, wie viele Wochen hat er endlich zugegeben, ja, okay, das war beabsichtigt. Hm, das ist auch echt hartnäckig darin, recht haben zu wollen, wenn du Unrecht hast, ne? Denkst du mir? Ich hör dir gar nicht zu, einig. Natürlich rede ich von dir. Von wem man sonst? Alex sieht immer recht schnell ein, wenn er Unrecht hat. Nicht so häufig vor, ey, was ist das? Ne, eben, das kommt auch nicht so häufig vor. Mir Unrecht. Ich will keine Fehler. wie dein Gehirn das ist absolut korrekt so ich muss mir nachher noch die FIFA 16 Demo runterladen muss ich auch noch mal antesten